sie müssen so richtig zu holen wir haben das machst du richtig in die falsche Richtung fährst nicht feiern erster nebenbei du musst aufpassen ich habe ein paar zu diesem Schlepptau sagt mir also ihr müsst im wir müssen dann fort zum Lifeguard kommen weil wir uns nicht so wie so kommen denn der Typ der das muss erst mal auspacken kleine die ganzen Leichen da verbrennen an welchen Baum dann welche Blume dürfen uns denn orientieren er würde hier gerne nämlich seinen ich bin schon erregend im V-Keyne, aber Daniel, ich glaube wir hätten schon viel gutes Aussehen mit mir müssen ob wir hätten den Benzin-Keynes da mitbringen müssen naja, die werden schon kommen naja, dauert mir ein bisschen, ich habe hier kleine Probleme mit dem rückwärts-einpark wir haben den Flufferschein auch nie mit guten Aussehens bekommen ganz ehrlich ist es für mich kein Wunder, dass die Zombies anfangen zu schreien und ich würde auch anfangen zu schreien wenn ich mich selber auf der Straße erwische lasst euch nicht Sternzombies von uns bitte oh nein, der schon wieder, Hilfe und der Pferd ist ein bisschen zu sau das geht ja gar nicht lass mich fahren, bitte, wir sterben Alter Hose jetzt kommen sie alle in Decken in Decken, in Decken, in Decken würden die jetzt hier noch dieses Dingschen drauf machen Alter ja, das war actionreich für mich, ne ja ja, am Anfang sind sie ruhig, aber sobald wir anhalten, fangen sie an zu kotzen hier boah ey so, da haste komm mal hier ins Ivan ja komm mal hierher mit euch fahre ich keinen Meter jetzt wäre hier in den roten Kreis wenn wir dann hier ist meine schönen Lackschuhe ach, grillfest boah, geile Barbecue das sieht aber lecker aus hier oh, ich nehme die Rippchen dann kannst du vergessen du musst auf deine Linie achten du schwappelst doch schon überall okay so, Aufstieg so, uh ich stand vor jetzt oh, wir kriegen einen Molotow Cocktail von Mike bitte, 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 bitte lass mich nochmal fahren ich bin ganz toll gefahren ja, klar jo boah, ne Oh, bitte, 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 bitte. So, können wir doch mal gucken, welche Missionen wir jetzt machen? Ähm, du hast deinen Führerschein auch nur in der NKL-Lotterie gewonnen. Immer noch Familie-Angelegenheit? Ja, hab ich, aber dafür war ich auch der Beste. Leute? Ja, bitte. Familie-Angelegenheit? Ja, wer ist damit? Brot zum Henker muss... Ähm, ich muss dir immer noch eine Quest abgeben. Wo ist die Sache, ey? Du kriegst oben bei dem Typ noch neutral oder irgendwas. So, der Mike, den hatten wir doch gerade mit der Sequenz da. Ja, aber... Der hat uns noch eine Quest gegeben, nebenbei. Der ist jetzt hier oben wieder. Also, mir hat er eine Quest gegeben, weil ich cool bin. Okay, 300 schießt mich totbekommen. Geh vorbei. Danke. So, aber hier ist noch irgendwo eine Quest zum abgeben. Äh, wegen der Familienangelegenheit. Hab ich doch schon lange abgegeben. Echt? Ist der Joke? Ja, ja. Ah, ja. Zwei Herzen. Ein Kinderspiel. Suche nach Anne, einer Schwester von Jennifer. Wer ist Jennifer? Na, die Schwester von Anne. Ach, jetzt, wo du's sagst. Erzähl, die Anne? Die Anne. Die Anne. Ja, ich bin schon unterwegs. Glaub, die sind noch irgendwo in den Bunker los. Äh. Ja, da ist irgendwo ein runder Kreis, da muss ich rein. Ey, der hat auch noch eine Quest gehabt, hier. Alkohol. Bitte. Wo ist der Typ hin? Da, hier, komm mal. Und ein Baseballschläger. Dankeschön. Also, den hier oben, der, den könnte er Alkohol geben und dann macht er euch Molotows-Goktel. Oh, das finde ich gut, das finde ich dufte. Mollis. Nett Typ. Ähm, ja, das ist echt dufte. Ja, der oben. Aber, ähm, ich hab hier drüben, irgendwie wird mir noch eine Quest angezeigt, die ich hier unten abgeben muss irgendwo. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Und hier ist ein roter Kreis. In dem ich hier ein rotes Ausrufezeichen. Ja, ich hab hier noch Quest, die, äh... Könnt mal hier rüberkommen, dann kann ich... Na, den hier? Könnten wir diesen roten Kreis auch, äh, weitermachen. Kann jetzt die Mariette nicht aufheben, weil ich wieder irgendwelchen Scheiß bei mir habe. Danke, ähm, Getränke-Pakete. Ähm... So, wo wollen wir denn hin, überhaupt, du mal nebenbei, weil... Du bist so viel reißig, du bist so. Ja, da ist Mike. Danke für die Molotows. Nämlich doch lieber die mit. So, und er hatte hier noch eine. Also, ich hab' Molotows. Ja, aber... Hä? Molotows heißt das. Molotows. Molotows. Welchen müsstest du und sollen wir machen? Molotows. Molotow, genau. Molotow. Also, jetzt bin ich verwirrt. Na, mit... Bei dir fahr ich nicht... Kannst du knicken. Och, bitte, 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 bitte. Niemals. Na gut, dann fahr ich halt alleine. Was ist da? Oh, ist ja typisch. Komm, kriegt man ein ordentliches Auto, ist irgendwie ein Gangster schon wieder da. Irgendwie ist mir das hier offen. Irgendwie ist mir das hier offen. Irgendwie ist mir das hier offen. Irgendwie soll ich... Kannst du mal meine Tür schließen, bitte? Äh, der muss doch unten stehen. Ich sag was, ich nehme mir mein eigenes Auto. Ey! Kann ich mit dem Auto... Komm, alle, ich nehme mir Autos. Na egal. Na dann, komm mal. Komm, wir machen hier Gangster. Ja, 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 ja. Von wegen, ich fahre schlecht, ja? Irgendwie ist mein Auto kaputt. Du bist kaputt. Welche Mission seid ihr denn jetzt? Die Tür ist offen. Okay, seid oben, gut. What the fuck? Sag doch, dass ihr anhaltet. Alter. Sag doch, dass du hinter mir bist. Das ist hier ja kein Autoscooter, ja? Aber Kivi hält einfach weiter durch hier. Einfach drauf da. Na ja, klar. Oh, scheiße, jetzt komm bei der Film. Ich kore. Ich hab dich geschubst. Äh. Ist das denn da auch jemand? Ich wüsste gar nicht wissen. Da sind ganz wohlgelebt. So, ihr werdet bei mir hier im Meisterfax Künste sehen. Ich hab nicht ein Auto gerade gerammt, ja? Oh, du bist hinter mir, das kann doch niemand verweisen. Oh, verdammt, dafür kam das der Baum. Ja, nicht schubsen. Geh mal weg. Alter, du bringst mich zum Kippen, was ist auch? Und wo kommt dieser Bus her? Äh, wieso muss ich schon wieder gehen? Oh, der war voll nicht da. Au, der ruht mich. Oder die. Du. So, sag danke. 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 Stirb. Oh, was ist denn hier los? Ach, Saft. Wir müssen Saft holen, ja. Säft. Säft? Ja, Daniel, kriegen wir den zweiten. Wo musst du Säft? Oh, welche Sau fährt mir hinten rein? Ich hab hier noch Ananas, Leute. Alter. Ja, genau. Du glaubst euch, dass du hier noch rauskommst? Ja, wo ist er das so? Hier drängt so. Oh, bist du. Weih mir. Hier war doch nur eine, eine Saftdings. Ich stehe ein bisschen schlecht. Wo kommt denn dieser Bus jetzt her? Ich glaub, da müssen wir hochfahren, noch zu der anderen Tankstelle. Ey, ich hab hier. Warte. Warte, ich helf dir mal. So, warte. So, jetzt. Nächster Wohne, da hinten. Wird mal angezeigt. Da oben, da oben. Kommt, Leute. Schon unterwegs. Ich bin direkt hinter euch. Säft holen. Oh, ich muss da wenden. Leute, wartet auf mich. Müssen wir eigentlich die Queste mal auswählen, oder wird das dann automatisch mit abgeschlossen, wenn ich in der Nähe bin? Sag mal, hört doch mal auf, da vorne zu fahren, als ob ihr getrunken werdet. Ich überhole euch gleich. Wenn du hier im Spiel drin bist, ist es auch. Hauptsache, irgendjemand schießt die ab. Wir brauchen uns Hilfe, oder? Achso, ja, stimmt ja. Ich bin schon unterwegs. Ey, du Truller, du fährst nicht mit. Nein, der Mann wird gleich dafür. Alter, schreckt. Wir müssen da gleich jemanden... Ey, was ist das denn? Gerade eben hinkst du noch bei mir. Ui, ey. Also. Ich bin zwar der Mann aus Stahl, aber so... Ich weiß noch nicht, was ihr da macht, aber ich folge euch einfach. Ja, wir müssen jetzt hier den... Also nicht mir folgen, macht doch. Äh? War gut. Ich denke, dein Mann ist eingeklemmt. Der ist ja hier schon draußen. Den habe ich rausgefahren. Äh, wieso? Ich brech die Tür einfach mal auf. Aber bei dir steht der Mann auch draußen, ne? Oh, ups. Ja. Ah, ja, jetzt kommen sie. Jetzt bin ich tot. Eigentlich bin ich nicht frei. Kann ich auch nicht retten. Ja, Leute, müsst ihr mal ein bisschen aufpassen mit den blöden Autos. Das war nur meine Rache. Ja, komm, du helfst mir. Bin doch schon dabei. Ich überfahre hier die ganze Zeit die ganzen Penner, die hier angetanzt kommen. Boah, du Drecksau. Und nochmal raus, wo ist es? Ich mache hier so einen Kamikaze, einen Banzai-Sprung und du fährst mich fast um. Ja, Kopfkuller. Drecksau. Habt ihr alle umgebracht? Alter, der ist geflogen. So. Schönen Tag, ich bin wieder da. Ich bin einfach mal hin und her zu seiner Frau mit der Nähe. Da sie dann mal durchs Level ab, nur durchs Auto fahren. Hatte denn nichts? Boah, ich kann nicht hupen. Schönen Tag. Hallo, Ivan. Guck mal nach links. Hi, wo bist du denn? Welches links? Nein. Guck mal. Naja, ich bin mal fahren, ja? Bei dir. Ja, was? Ich bin verwirrt. Ach, da hinten. Hä? Ach, du sitzt neben mir. Ach, was? So, jetzt lass mal deine Fahrküste glänzen. Jetzt will ich hier erstmal halten. Im Auto ist es so dunkel und ich habe nur dein Symbol gesehen. Oh, 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 oh. Du nutzt echt jeden Scheiß, Junge. Ja, danke. Fahr mir über die Füße, du Sau. Oh, Alter, bleib mir doch mal fair. Alter, Jungs. Was macht ihr denn? Steck doch mal aus. Ich bin ausgestiegen, das ist nur noch Ivan, der jeden verrückter rumdüst. Quatsch. Ich habe die Zombies erledigt. Ja, mich auch. Du hast mich fast zu einem Zombie gemacht. Das halte ich mit dem Gerücht. Der weiße. Kackt der? Ich glaube, hier in der Hütte könnte man dann auch Molotow-Cocktails machen, aber billiger. Wir sollen einen anderen Weg da reinfinden. Okay. Okay. Okay, der weiß. Ich weiß ihn ja, ich weiß ihn ja. Ich glaube, von hinten. Hinten, bin. Ach, stimmt. Hinten war das. Boah, Loot alles meins. Geil ist das viel. Oh Gott, oh Gott. Ich werde verrückt. Da brüllt was. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier? Unsinn, Kisten. Nein. So, hier. Boah, hier gibt es eine Werkbank. Schafft. Irgendwie ist das hier ein bisschen... Ich bin gleich. Ich bin tot. First right. Aua. Da ist ein großer. Alter. Großer? Oder. Ist der hier. Geben. Ah, gleich ist er nicht mehr groß. Tau. Also cool, dass er den Schlüssel hat. So. Ah, hier ist irgendwas ein Fackes. Da fack ich dir noch hier rein. Aufm, aufm, aufm. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Fackt euch selbst. Alter, die klauen mir den ganzen Blut. Immer wenn ich kurz so vor bin, zack, isses. Er kriegst es doch auch. Leute, irgendwie wird es hier gerade dunkel bei mir. Wieso? Ich habe das Gefühl, es gewittert jeden Augenblick. Geiler Schuss. Ja, bei mir, bei mir gab es halt schon echt einen Niederschlag. So, mal gucken, was kann ich denn hier noch machen? Ah ja, ich könnte nochmal meine, mein Wutgewinn um 10% erhöhen, wenn ich Feuerwaffen nutze. Dann könnte ich hier nochmal Chancen für einen Beschützer in Brand zu setzen. Und verringert die Menge an Wut, die zur Aktivierung von Rasse... Das ist doch auch cool, Alter. Das nehme ich jetzt. Ähm, hier, zeigt es an, irgendwas Rotes zum Aufheben. Ach, habt ihr schon dabei, so eine Kiste. Ja, für ein Droh? Da muss man ein Auto haben. Ne, ich fahr bei Daniel mit. Nö, ich fahr bei Daniel mit. Du fahr bei die, ich war mit, ich war mit, von ihnen nicht ein Fastiel. Das gefällt mir. Los. Auf die Plätze fertig und ab geht's. Mir wird gerade Ausland gezeigt. Ich fahr nicht vor, das kannst du vergessen. Los, gib Kette. mit jemanden muss los 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 Daniel die kleine johannes um die schon an Bord ja hinten drauf was so war kann so ein paar Passanten mitnehmen hat sie gut gemacht und wir müssen bei mir jetzt müssen uns umdrehen hä seltsam bei mir auch jetzt nicht mehr manchmal ist jetzt müssen wir runter jetzt sind wir richtig echt ja ist da unten die Tankstelle ja ich bin fast dort 180 Grad Wände bitte ich hoffe ich bin scheiß drauf und drüber da wenn ich es gibt ich habe in den nächsten ein gelegentlich straßen straßen ob es gibt es müssen glaube ich dann das sind und ein ganz viel freie Strecke bahn mit dem ab aber und das ist doch so so wie möglich Elisabeth wenn die man in der Hand bei der Niederlage steht im Auto schmieden durch Park jetzt mal hier was immer jemand nicht der Strom töten Ja, kann er. So, ich nehme mal hier die Getränkepackung von dem Auto und dem Autorüben. Okay, ihr habt mich nicht angelogen. Womit? Ich gehe mal den Strom ausschalten. So, ja. Mach das mal schnell. Hier brüllt schon wieder irgendwas. Ja, in der Lagerhalle hier hinten. Aua, jetzt hat man auf mich zu schlagen. Ich muss... Und da oben auf dem Dach. Ah, kann ich noch was nicht hoffen. Was ist denn, noch auf hier rumzuzicken? Man hat dann... Geht noch. Da geht auch. Alter, muss man noch wissen. Also, so ein ziemlich krasser Lütefekt hier, ne? Ja, Schiwi, wir müssen hier oben. Komm mal mit. Ja, ich weiß, aber wir müssen erst ins Lager. Das ist der Strom schon aus. Ohne geht der Strom aus. Nee, hier drin. Hier geht doch die Leitung lang, siehst du doch. Aber hier kommen gleich so ne brennenden Viecher. Ruck, danke, kommen wir zu mir. Ähm, wie komme ich jetzt zu euch? Hap. Alter, Prost, Gill hier. Geh' ihm! Geh' ihm! Das ist so schon mal gar nicht. Brauch gar nicht erst antanzen und hier, äh, komischvoll angerannt und so machen. Jungs, ich hab'n Problem. Wie heißt das? Das ist nicht mein Problem. Doch, der große könnte uns zu unserem Problem werden. Nee, der hier in der Stadt. Nee, der hier in der Stadt, der hier in der, äh, du was? Nee, gleich schalte ich jedenfalls mal hier hinten schalte ich jetzt erstmal den. Wie kommt man da überhaupt rein? Fersengeld, versuch. Geroymo. Oh, alter. Zwei große. Das war mal Sahne. Ja, ich bin drin. Den Satz hast du nicht oft, oder? Boah, bei mir. Fall die Köppe hier. Ich mach' den Strom aus. Nein, festgestellt. Ey, ich bin fast gut. Oh, ich auch. Äh. Oh, schön, dass du bei mir sagst. Ich bräuchte dann auch mal, Alter, äh, Hilfe. Ja, ich hab' ge... 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 Ich hab' gebraten haben. Hab' der Strom schon aus? Oh, 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 oh. Nee, noch nicht. Hilfe, aber noch nicht. Der hat mir voll die... Hm. Der hat nicht... Drum ist aus. ...voll ver-ver-ver-ver-ver-ver-prügelt. Ey, da kommt ein glattes Stottern. Wo ist die Drecksau? Na, warte, jetzt gibt's Revanche. Ja, grad... Oh, das ist halt ordentlich ein Wusch hier gerade bei uns. Alter, kommt der Wind auf hier. Das hört man wahrscheinlich sogar schon durchs Mikrofon. Zum Beispiel bei meiner Aufnahme. Okay, ich bin... Oh, schnell weg. Also, ich hab' so'n Scheißschlag-Ring, ich krieg den nicht weg. Also, wo ist der... Oh, da ist der Arsch. Alter Schwede. Oh, der gibt mir einen nach der anderen. Das ist nicht... Also, ich geh hier definitiv drauf, wenn ich ihn weiter versuche zu verpügeln. Jetzt gibt der Zombie mir Kopfnuss. Ich glaub's auch, ey. Oh. Gib ihm. Kann ich Wut anmachen? Ne V. Neunzig nicht mehr. Oh, mis aus. Verdammt. Oh, na lieb mir noch. Ich kann dir nicht helfen. Ich auch nicht. Ich dreh auf dich zu. Hahahaha. Hahahaha. Du sauf. Du kannst auch... Ja, cool, aber ich bin schon wieder hier. Boah. Ich bin tot. Ich hab volle Leben. Ich bin noch ein bisschen schwach auf der Brust. Du, alle, deine Pupsnutter. Aber ich hab 400 Erfahrungskritte bekommen. Und bist dabei gestorben. Ich hab jetzt auch hier ausgemacht. Benzinkanister. Der Streus ist draußen auch aus, ja, ne? Ja, ich geb's aufs Dach. Aber das Gute war, das waren Punkte... Das war noch Lebenspunkte. Oder, ähm... Ja, Punkte. Alter, eine Shelternstelle Crew. Ähm...